Bremen 1, die Chronik. 15. Dezember 1998. Heute vor 20 Jahren starb Friedrich Jahn, Gründer der Restaurantkette Wienerwald. Axel Rowold. Wie viele Junghennen und Hähne ihm zum Opfer gefallen sind, weiß kein Mensch. Mehrere Milliarden mindestens. Friedrich Jahn, der Wienerwald-Boss, setzt den Trend in die Welt, füntwöchiges, noch nicht geschlechtsreifes Federvieh in rauen Mengen aufzuspießen, zu brutzeln und zu verspeisen. Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Jahn erfindet diesen Werbeknüller selbst, sagt er jedenfalls. Und er sagt viel, wenn der Tag lang ist und der Gockel kross. Zum Beispiel, dass er der ehrlichste Gastwirt Deutschlands sei, was ja von Haus aus schon ein Paradoxon ist. Der erfolgreichste ist wohl gemeint. Voriges Jahr verspeisten Jahns Gäste 15 Millionen Händel. Hintereinander gereiht würde das erste gerade in Lissabon einmarschieren, während das letzte Moskau verlässt. Aber warum sollten sie das tun? Der Österreicher Jahn beginnt seine Karriere als Kellner. Mit 31 übernimmt er in München eine schlecht laufende Gastwirtschaft, nennt sie um in Wienerwald und bietet halbe Hähnchen an. Ich glaube auch, dass ich der Erste gewesen bin, der das Huhn, das Händel, für den Normalverbraucher eigentlich preiswürdig gemacht hat. Schauen Sie mir, der damals verlangt, 3,50 Mark. Überhaupt gelten Brathähnchen als außerordentliches Festessen, das im Nachkriegsdeutschland bestenfalls zwei-, dreimal im Jahr auf den Tisch kommt. Und nun das Wienerwald-Angebot. Erstens der Preis und zweitens das Aroma des Grillgutes. Ich habe das sogar fertiggebracht, dass man durch eine Windelater sogar den Geruch noch auf die Straße rausgebracht hat. Wissen Sie, der Duft hat die Leute auch schon reingeholt. Die Fresswelle schwappt über Deutschland und Friedrich Jahn und seine Hähnl schwimmen oben auf. Rasend breitet sich das Wienerwald-Imperium aus. Bis über ganz Europa und nach Amerika. Mehr als 1500 Lokale, 27.000 Mitarbeiter, 2,5 Milliarden Mark Umsatz sind es in den besten Jahren. Jetzt sind sie gelandet. Die Chilibürt sind da im Wienerwald. Als in den 80ern McDonalds, Burger King und Konsorten die Fastfood-Welt erobern, sehen die Wienerwald-Gockelbratereien mit ihrem rustikalen Charme so alt aus, wie sie sind. Jahn legt mehrere fragwürdige Pleiten hin, landet vor Gericht und verkauft die Kette schließlich. Aber noch immer gibt es Wienerwald-Lokale. 19 in Deutschland, 4 in Österreich. Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Von wegen, der griffige Spruch gilt längst nicht mehr. Heute umwirbt der klägliche Rest des einstigen Hähnl-Imperiums die Kundschaft allen Ernstes mit dieser Formel. Gegrillte Leidenschaft. Friedrich Jahn muss das nicht mehr erleben. Er starb im Alter von 74 Jahren an Leukämie. Heute vor 20 Jahren. Prim 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.